Meditiere dich glücklich. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es um das Thema Meditation gehen, um die Vorurteile von Meditation. Ich möchte euch auch so ein bisschen inspirieren und motivieren, mit Meditation zu beginnen, auch wenn ihr Vorurteile habt, auch wenn ihr Meditationszweifel habt. Denn Meditationen machen glücklicher, Meditation macht gelassener. Ja, Meditation lindert emotionale und auch körperliche Beschwerden und verschafft ein wohliges, zufriedenes Lebensgefühl. Und durch Meditation kann man sich einfach bewusster wahrnehmen und sich selbst etwas Gutes tun, indem man sich nämlich ganz einfach Aufmerksamkeit schenkt. Und ich kenne diese Sätze zur Genüge. Ich habe keine Zeit zu meditieren. Meditieren. Oder auch Meditation hilft mir nicht bei meinen Problemen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Gegenargument zu Meditation ist. Und vielleicht hast du auch schon mal angefangen zu meditieren und hast dann irgendwann aufgegeben. Oder vielleicht glaubst du auch, dass du nicht die nötige Geduld oder Konzentration hast, um zu meditieren. Oder du hast wirklich wenig Zeit. Dein Leben ist halt einfach sehr, sehr stressig. Was halt eigentlich ein schlimmer Gedanke ist, wenn man denkt, dass man keine Zeit hat für sich und seine eigenen Bedürfnisse und sich um sich und seine Bedürfnisse zu kümmern. Aber ich bin tatsächlich das beste Beispiel, dass es funktioniert. Ich bin eine selbstständige, alleinerziehende Mama. Das heißt, mein Leben ist stressig. Ich habe wenig Zeit für mich. Das ist eine Tatsache. Und dennoch habe ich es geschafft, Meditation als Routine in meinen Alltag zu integrieren und täglich zwischen 5 und 30 Minuten, je nachdem, wie ich Bock habe, wie ich Zeit habe, zu meditieren. Und es ist eigentlich so schade, wenn wir sagen, wir haben wenig oder gar keine Zeit, um uns um uns selbst zu kümmern. Vor allen Dingen, wenn unser Leben eigentlich nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Wenn man sich mehr wünscht, wenn man sich besser fühlen möchte, wenn man mehr Ruhe und Frieden und Geduld und Gelassenheit in seinem Alltag haben möchte. Man will mitten in diesem Chaos, was wir Leben nennen, einfach glücklich sein. Und mir ging es ja ganz genauso. Ich wollte einfach in diesem Chaos von Leben glücklicher sein und wieder zu mir finden. Also ich hatte mich als Mutter verloren. Mich als Person Julia gab es einfach nicht mehr. Ich war nur noch Mama und ich wollte diesen Menschen wieder entdecken, der ich bin und wollte herausfinden, was dieser Mensch sich eigentlich wünscht, vom Leben wünscht. Und ich bin eine ganz normale Mutter. Ich war noch nie auf Bali, ich war noch nie in einem Ashram und ich kenne auch keinen Guru. Aber ich habe mich als Meditationsleiterin ausbilden lassen, als ich gemerkt habe, wie wertvoll Meditation für mich ist. Und habe mich dabei dann auf die Bedürfnisse von Mamas und berufstätigen Frauen spezialisiert. Und wenn man konsequent jeden Tag für eine gewisse Zeit fünf bis zehn Minuten der Meditation widmet, kann ich euch nur sagen, mein Leben hat es komplett verändert. Und ich bin der Beweis, dass es funktionieren kann. Ich habe damals begonnen, das war im November 2016. Darüber habe ich schon oft gesprochen. Das war meine depressive Phase und das war mein Weg oder ein Teil meines Weges aus dieser depressiven Phase hinaus. Habe ich damit begonnen, tatsächlich 30 Tage lang fünf bis zehn Minuten zu meditieren. Konsequent. Wichtig ist einfach, dass man für sich schaut, wann ist für mich der richtige Zeitpunkt, wo kann ich es gut in meinen Alltag einbauen. Manche meditieren, indem sie zwei Minuten unter der Dusche stehen. Manche meditieren im Auto, bevor sie die Kinder aus dem Kindergarten abholen oder bevor sie einkaufen gehen. Ich habe immer meditiert. Ich bin abends duschen gegangen, bin dann ins Schlafzimmer gegangen, habe fünf bis zehn Minuten meditiert und dann habe ich meinen Tag einfach fortgesetzt. Und ich habe in diesen 30 Tagen einfach begonnen, mir selbst Aufmerksamkeit zu schenken. Und da erst gemerkt, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Und wenn ich das kann, da kannst du das auch. Und ja, klar, Heilung verlangt auch Arbeit. Aber es hilft dir, dein Verhalten zu verändern und dein Herz für dich und andere zu öffnen. Und Meditation ist die Gabe, dir selbst zu sagen, dass du wichtig bist und dass du Zeit und Aufmerksamkeit verdient hast, die du dir selbst schenkst. Und dann suchen wir das nicht mehr im Außen, die Aufmerksamkeit von anderen, die Bestätigung von anderen, die Liebe von anderen, weil wir uns die während der Meditation einfach selbst schenken. Und Meditation lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Teile von uns, die dringend beachtet werden möchten, die Aufmerksamkeit brauchen, aber die leider oft im Alltag ignoriert werden, weil wir keine Zeit dafür haben. Und deswegen kann es durchaus vorkommen, dass, wenn ihr mit der Meditation startet, unglaublich viele Gedanken, unglaublich viele Gefühle hochkommen, weil die jetzt endlich einen Raum haben. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist ja etwas, was wir wollen. Wir wollen ja wieder einen Zugang zu uns, zu unseren Gedanken, zu unseren Gefühlen, zu unseren Wünschen erschaffen. Meditation heißt nicht, nichts zu denken. Das sage ich immer wieder. Es geht nur darum, während dieser 5 bis 10 Minuten zu entscheiden, welchem Gedanken, welchem Gefühl möchte ich Aufmerksamkeit schenken und die anderen für diese gewisse Zeit auch einfach wegzuschließen. Also da gibt es verschiedene Methoden, die man dann einfach nutzen kann. Und der Nutzen der Meditation hängt nicht unbedingt von der Quantität der Zeit ab, also wie oft oder wie lange ich das mache, sondern von der Qualität deiner Zeit beim Meditieren. Und es gibt so einen schönen Spruch, wenn du atmen kannst, dann kannst du auch meditieren, weil im Grunde ist Meditieren schon, wenn ich mich einfach mal für drei Atemzüge auf meinen Atem konzentriere. Und die Konzentration auf deinen Atem kann dich zum Beispiel von Gedanken ablenken, die dir nicht gut tun. Also wenn du gerade sehr gestresst bist, wenn du wütend bist und das gerade einfach nicht sein möchtest, konzentrier dich einfach mal für drei bis fünf Atemzüge auf deinen Atem. Und schon hast du deine Aufmerksamkeit verlagert. Und wenn man so Probleme damit hat, dass man vielleicht zum Beispiel viel denkt während der Meditation, sind Mantren auch was Schönes, um die Gedanken einfach beschäftigt zu halten. Weil du entscheidest, mit welchen Gedanken du deinen geistigen Raum ausfüllen möchtest, weil dieser Raum ist begrenzt. Und es gibt immer nur Platz für einen Gedanken und eine Tat zur selben Zeit. Und wenn du dich für dich selbst entscheidest, in stiller Meditation zu sein und an etwas Positives zu denken, dann verdrängst du etwas anderes, das dir nicht gut tut. Und das Atemzug für Atemzug, Gedanke für Gedanke, kommst du so zufrieden, zur Ruhe, zur Glück und zur Gelassenheit. Und ich weiß, dass du eigentlich keine Zeit hast. Ich weiß auch, dass deine To-Do-Listen nicht kürzer werden und dass ständig etwas los ist. Ich bin selbstständig, ich bin alleinerziehend, ich habe zwei Kinder, ich weiß das alles. Aber ich weiß auch, dass alles, was dich total fertig macht und was dich stresst und was die Energie raubt und was dich traurig macht, das wird plötzlich viel erträglicher, wenn du dir etwas Zeit nimmst, um dich zu zentrieren, um in dich hineinzuspüren, um dir das Gefühl zu geben, dass du etwas liebevolle Aufmerksamkeit verdient hast. Und ich habe so, so volle, wundervolle Momente mit mir selbst in der Meditation erlebt. Das ist es tatsächlich wirklich wert. Und Meditation hilft dir, die Dinge zu ordnen. Es hilft dir auch, deine Probleme klarer zu sehen. Also erstmal zu sehen, okay, woran hängt es denn eigentlich, dass ich unglücklich bin? Und dann kannst du dich mit diesen Problemen beschäftigen in der Meditation, ohne von ihnen einfach überwältigt zu werden. Und Meditation senkt natürlich auch extrem deinen Stresspegel. Und wenn du dich überfordert fühlst, wenn du mitten im Chaos steckst, wenn du ungeduldig bist, wenn du dich gestresst fühlst, davon musst du dir nicht diktieren lassen, wie dein Leben läuft. Du kannst dich jederzeit entscheiden, dass es anders laufen soll. Meditation ist ein Weg dazu. Und wie du mit Stress umgehst, wird auch die Menschen um dich herum beeinflussen. Eine gestresste Mama bedeutet meistens auch gestresste Kinder. Und im Umkehrschluss bedeutet eine entspannte Mama definitiv auch entspanntere Kinder. Und deswegen möchte ich dich einladen. Ich möchte so vielen Mamas, so vielen Frauen wie möglich da draußen zeigen, was Meditation innerhalb von kürzester Zeit bei dir bewirken kann. Und seid einfach mal mutig. Tut mal was für euch, nur für euch. Schenkt euch Aufmerksamkeit und probiert es einfach mal aus. Und ich lade euch ein zu meiner siebentägigen kostenlosen Meditationschallenge. Ihr werdet dann jeden Tag von mir eine Meditation bekommen, die wirklich nur zwischen fünf und maximal zehn Minuten lang sein wird, die ihr dann täglich für euch nutzen könnt mit Impulsen noch zum Thema Meditation. Und so einfach mal innerhalb von sieben Tagen merkt, was das bei euch verändert, was es bewirkt, um dann das Ganze hoffentlich fortzusetzen und regelmäßig zu meditieren. Wenn du bei meiner Meditationschallenge dabei sein möchtest, dann schreib mir einfach irgendwo eine Nachricht. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst mir bei Facebook schreiben, du kannst mir bei Instagram schreiben. Das ist alles unten in der Infobox, verlinkt auf irgendeinem Weg. Kannst du mich kontaktieren. Und ich hoffe, dich dann begrüßen zu dürfen bei meiner Meditationschallenge, sodass wir uns gemeinsam glücklich meditieren können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr es gut fandet, wenn ihr der Meinung seid, dass es geteilt werden darf und soll, wenn ihr es an Freunde schicken wollt, für die Meditation vielleicht ganz interessant sein könnte, für die diese Meditationschallenge interessant sein könnte, dann schickt das Video doch gerne weiter. Teilt es mit der Welt. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.